Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, wie ihr bereits seht, sind wir erneut heute in einer Speed-Folge gelandet. Und ja, heute werden wir uns mal ein wenig der Tribünen-Bau-Technik widmen hier für unser Stadion. Da haben wir ja, die Rest sind schon ein wenig mit angefangen, haben so ein bisschen den Weg gebaut. Und da werden wir heute jetzt weitermachen. Und ja, eigentlich würde ich heute auch ganz gerne die Folge nutzen, um ein wenig zu erzählen. Und ich hoffe, dass das Video gleich synchron ist mit dem, was ich euch erzähle, weil ich ja hier ein paar technische Probleme momentan habe. Und zwar ist mir formidabel meine Grafikkarte erneut abgestürzt. Ja, es war nicht die Festplatte, sondern die Grafikkarte, das ist mir jetzt auf jeden Fall klar. Und ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist mir so auf die Nerven gegangen. Ich wollte gerade wieder Assassin's Creed 3 aufnehmen, habe auch gedacht, hey Mensch, guck mal, jetzt hast du den zweiten Monitor, hast du gerade abgenommen, Temperatur, alles in Ordnung, wunderbar, freust du dich, ne? Na, Freude war von kurzer Dauer, äh, nach der ersten Aufnahme, erste Folge, gerade fertig, denkst du, boah, toll, hör mal, es hat funktioniert. Tü-dü, schwarzer Bildschirm, ich, na super, jetzt fängt der Scheiß wieder an. Äh, starte einmal alles neu, denk mir, oh, guck mal, jetzt, das können gehen, hau einen Benchmarktest drüber, und so weiter und so fort, äh, Temperatur, alles danach eigentlich wieder komplett im grünen Bereich. Äh, ja, geschissen ist, da geht gar nichts, und, ähm, ja, das war echt was für die Füße, und, äh, jetzt habe ich, ja, erstmal die Aufnahme abgebrochen, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt müssen wir morgen wieder mal zum Computerhändler meines Vertrauens, ähm, zum Thema, da ist alles in Ordnung, es kann nicht sein, dass da alles in Ordnung sein soll. Äh, ne, wie gesagt, das Ding erreicht momentan Temperaturen, äh, selbst beinahe im Ruhezustand von annähernd 70 Grad, und trotzdem, dass es draußen und hier drin etwas wärmer ist, also 28 Grad, ich glaube, kann es nicht normal sein, wenn die wirklich so warm wird, also, das mag ich ja ganz schön stark zu bezweifeln, aber nun gut, ähm, ne, wie gesagt, da werden wir mal sehen, ich hoffe, das Ding läuft, dann demnächst wieder, äh, ne, wie gesagt, also, wenn die keine Macke hat, weiß ich auch nicht weiter, aber ich gehe mal davon stark aus, und wenn sie es haben sollte, dann kriege ich, ich wollte mir ja sowieso eine neue Rolle, vermutlich. Eine neue, und zwar eine 760er, ne, 760 Ti gibt's ja leider nicht, sonst will ich mir die sogar holen, ne, ne, aber eine 760er, finde ich, die ist schon okay, ne, die hat dann, glaube ich, ich glaube, drei oder viermal so viel Leistung, vor allem bei den Partikel- und, äh, Physikeffekten, da macht das doch schon deutlich mehr Spaß mit, also, wenn ich mal so, ich hab mir grad mal die Benchmark-Tests angeguckt und hab die verglichen, also, da ist die echt, meiner liegt ungefähr bei 35%, der, äh, also so, äh, Leistung jetzt hier so von, äh, von allen Nutzern bei 35% über Durchschnitt fast, und die lege dann bei 75% über den Durchschnitt, was ja doch deutlich noch mal ein bisschen mehr als das Doppel-Lös, ja, also es ist, wäre schon, glaube ich, nicht ganz verkehrt, also, ne, so nebenbei. Okay, vor allem, äh, die kostet gar nicht so viel, muss man ja sagen, die kosten ja auch nur 250 Euro, und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schon okay, vor allem wegen dem größeren Videospeicher, der ist ja, mir ist sowieso zu klein. Ja, auf jeden Fall, ähm, wir sehen hier, äh, sind wir gerade freudig am Tribünenbauen, und irgendwie, äh, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, also, mittlerweile war es vor dem Urlaub, das ist mittlerweile schon echt, äh, boah, also auf jeden Fall über eine Woche her, das kann ich sagen, ich glaube, es ist jetzt 10 Tage oder so her, dass ich die Sachen aufgenommen habe. Also, äh, jetzt habe ich so bis jetzt noch nicht nachvertonen, in Folge Assassin's Creed muss ich gleich auch noch durchrennen, dann habe ich vielleicht für morgen noch Folgen, und dann wird's eng, da muss ich gucken, ne, Mass Effect wollte ich nachher auch noch aufnehmen, also, momentan geht bei mir hier echt alles drunter und drüber, ich hoffe, ich kriege das hin, ja, aber ich kann jetzt nicht versprechen, wie gesagt, ich muss demnächst wahrscheinlich nochmal da hin, dann muss ich den Rechner nochmal abgeben, und eigentlich wollte ich die Ferien für andere Dinge nutzen, finde ich jetzt nicht so gelungen, wa, aber, äh, ja, mir bleibt leider nichts anderes so wirklich über, und, ja, ihr seht schon, wir bauen hier sehr viel mit Half-Steps, was uns eventuell, demnächst noch das Genick brechen wird, wenn wir die Tribünen von unten, also, wenn wir das Stadion von unten ausbauen, da habe ich nämlich schon letztens in der Kopie mal angefangen, hab so ein bisschen angeguckt, wie könnte man's machen, was kann man daraus auch auszaubern, und, boah, ja, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir echt ganz schön was hingelegt hier, also, ihr seht ja jetzt schon so ein bisschen, was hier entsteht, auch wenn's gerade eine sehr nervöse Kameraführung ist, muss ich sagen, brrrr, ja, also, ich weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt an der selben Stelle seid wie ich, ich hoffe es, dann seht ihr nämlich, dass wir gerade Treppen bauen, Treppen, 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 und, äh, die Holzbänke, also Holzränge jetzt hier aufbauen, und, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, die machen schon deutlich was her, wenn's später fertig ist, aber jetzt sieht's noch ganz schön kack jetzt aus, muss ich sagen, auch mit dem Texture Pack sieht's noch nicht ganz so geil aus, wie später mit dem Honeyball Texture Pack und, äh, Shader und allem, das habe ich bereits nämlich schon ausprobiert, das sieht, äh, sieht auf jeden Fall sehr anschaulich aus, muss ich sagen, aber, ähm, ja, das Problem ist halt, das offizielle Pack ist noch nicht raus, da muss ich jetzt noch warten, der Shader-Mod, der müsste morgen aktualisiert werden, und, äh, da warte ich jetzt auch noch drauf, dann hoffe ich, dass ich morgen früh aufnehmen kann, aber ich kann jetzt momentan echt noch nichts versprechen, also, ich, ich hoffe es jetzt, es ist Wunschdenken, aber, ja, ich kann da momentan wirklich noch nichts zu sagen, ich muss ihn wieder selbst morgen überraschen lassen, vor allem, weil ich da auch noch ein paar Probleme hab, Forge und so weiter, ich will jetzt noch ein paar andere Mods reinhauen, ne, weil, ich hab ja gesagt, wir bauen hier so ein kleines Dorf auf, und das haben jetzt schon viele geschrieben, ja, momentan ist es ein bisschen langweilig, ich mach doch mal wieder Monster und so an, da hab ich mir jetzt überlegt, hm, ja, habt ihr recht, ist langweilig, aber ich will jetzt auch nicht die Monster wieder ganz schnöde und normal anmachen, weil das ist auch langweilig irgendwie, mittlerweile, weil ich mein, das sind nur Creeper, Spinnen, Zombies und Skelette und so weiter, ähm, ne, ist ein bisschen langweilig, ich will ja auch ein paar ein bisschen mehr haben, ein bisschen Leben hier in der Bude, wisse, und, äh, deswegen hab ich mir überlegt, hau ich jetzt gleich zwei Mods rein, also den einen brauchen wir später, äh, den werdet ihr noch sehen, da sag ich jetzt noch nicht mehr zu, äh, und der andere Mod, das wäre dann der More Creatures Mod, der ist auf jeden Fall recht gut geeignet hier, ne, vor allem, weil dann die Welt halt ein bisschen belebter aussehen würde als, äh, ja, bisher, bisher ist ja ein bisschen wenig los, hier würde ich mal sagen, ne, Tote Hose und, äh, der More Creatures Mod, der enthält ja, ich weiß nicht, wie viele Viecher, auf jeden Fall viele, das Problem ist nur, der ist als einziger Mod, die, äh, von denen, die ich installieren will, noch nicht geupdatet, freut mich sehr, äh, ja, deswegen muss ich da momentan noch ein klein wenig warten, bis der rauskommt, aber das wird sich jetzt in den nächsten Tagen vermutlich geben, und, ja, ihr seht schon, hier haben wir uns ein bisschen verbaut, gerade ganz am Anfang, und zwar brauchen wir gar keinen Rand drumrum, sondern wir machen es einfach mit den Treppen, es sieht besser aus, muss ich ganz ehrlich sagen, und, ähm, ja, es ist echt so eine scheiß Kameraführung, diese Folge gewesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Sachen bei 30 Grad am Mittag kurz vorm Urlaub aufgenommen, weil ich mir dachte, jetzt musst du noch wenigstens was aufnehmen, wenn du quasi ein Petto hast, wenn du wiederkommst, äh, eigentlich wollte ich ja wieder voraufnehmen, aber da hat mein Rechner ja gestreikt, und ach, ihr kennt die Geschichte ja, ne, das fand ich ganz so toll, auf jeden Fall, jetzt mittlerweile läuft es wieder, wobei die Grafikkarte mich trotzdem immer noch fertig macht, also die erreicht teilweise Temperaturen von 100 Grad, also dem, was sie überhaupt kann, und geht dann aus, und dann ist es echt nicht mehr feierlich, vor allem, äh, weil die Grafikkarte ja eigentlich nicht schlecht ist, vor allem, das hat ja alle jetzt, äh, anderthalb Jahre funktioniert, weißt du, und jetzt auf einmal, äh, scheiß die mir andauernd bei irgendwelchen, ja, ich würde beinahe behaupten, profiligen Grafikanwendungen ab, ja, und das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber, ja, weiß ich auch nicht, also, ich habe ja auch keine Zusatzlüfter, oder sowas drin, bis auf einen großen, ne, bis auf einen 240mm Lüfter vorne drin, habe ich da eigentlich ja keine zusätzlichen Lüfter im Gehäuse drin, äh, weiß nicht, ob es daran liegt, aber normalerweise sollte das auch mit den Standardlüftern schon gehen, äh, ne, großes Netzteil und so, weiße, aber, ja, ne, man weiß ja nie, ne, Wasserkühlung ist ein bisschen teuer, ist ja auch immer so eine Sache, ne, wenn da mal ein Schlauch und licht ist, dann hat man auch ein Aquarium anstatt einen Rechner, das ist auch nicht so toll, ne, also von daher würde ich da doch mal lieber drauf hoffen, und das ist in naher Zukunft, äh, einfach eine neue Karte, aber, ich kann jetzt noch nichts versprechen, ich muss mich da selbst ein bisschen überraschen lassen, äh, was da jetzt nämlich so rauskommt, also, ne, äh, könnt ihr gut mitverfolgen, äh, na, ne, könnt ihr nicht, weil ich mache ja nicht, ich kann ja nicht aufnehmen, wenn ich die nicht habe, Mensch, scheiße, ne, auf jeden Fall, es wird klappen, so viel kann ich versprechen, und, äh, ja, ich hoffe, dass es nächste Woche alles funktioniert jetzt hier, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob, äh, ne, und so und überhaupt, das jetzt geht bis dahin, aber ich nächste Woche auch nochmal eine ganze Zeit nicht da bin, ach, das kann schön werden, ja, auf jeden Fall, nein, also, ich muss mal gucken, ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie gebacken hier, aber, äh, wir werden mal schauen, wir werden es irgendwie überleben, schätze ich mal, und dann werden wir auf jeden Fall demnächst richtig arsch viel bauen, das könnt ihr mir auch schon glauben, denn ich habe letztens mal ein bisschen überlegt, hm, ja, komm, jetzt brauchst du jetzt einen riesen Stadion, was könntest du noch machen, was gibt es denn für Optionen, was hast du denn da noch überhaupt, und, äh, da habe ich eine ganze Zeit überlegt, was machst du, wie machst du was, und, ähm, dann kam ich drauf, also, wir wollten ja eine Stadt sowieso bauen, demnächst die Stadtmauer, äh, schon mal fertig zu machen, und in den Ferien habe ich mir jetzt ein bisschen überlegt, ich wollte ja, äh, ich weiß nicht, ob ich es morgen jetzt schon schaffe, wie gesagt, wenn ich den Rechner abgeben muss, vermutlich nicht, aber, äh, nur damit ihr jetzt Bescheid wisst halt, ähm, danach, wenn es regulär, hoffentlich bald weitergeht, äh, abends auch, sicherlich auch wegen diesen Ausfällen, dass, wenn mal eine Folge ausfällt, dann nicht gleich alle ausfallen, sondern vielleicht eine am Tag, oder ich reduziere das dann, je nachdem, damit wir keinen Totalausfall haben, und, ähm, ja, dann würde ich nämlich das so machen, dass ich dann sage, ich mache 10 Folgen, das dauert ja nicht lang, das sind so irgendwie 5 Tage, alle 5 Tage mache ich ein bisschen was anderes, weil jetzt, äh, wurde letztens gesagt, ja, hier, bauen, und so ist langweilend, mach mal wieder Mine, mach mal Monster, geh mal Nesser, und so weiter und so fort, das würde ich auch alles gerne machen, das Problem ist nur, Folgen sind wir ja beinahe schon, es ist ja echt nicht mehr lange hin, bis zur Folge 500, ähm, in der ganzen Zeit haben wir ja bis jetzt, äh, noch nicht so viel gebaut, ne, nur Bauernhaus, die Kirsche, und, äh, Lagerhaus, und, oh ja, da ist, okay, das muss ich gleich rausschneiden, das geht mir ganz schön auf den Nerv jetzt, ähm, da habe ich im Hintergrund Musik angemacht, und die höre ich jetzt, die muss ich jetzt ab der Stelle mal rausschneiden, und muss jetzt erstmal meine Lautsprecher, runterdrehen, Alter, das kann mal ganz schön auf den Nerv gehen, äh, ich habe jetzt also, muss ich mal ganz kurz erwähnen, ich vertone gerade nach, ja, und, äh, ich habe im dritten Teil der Aufnahme, also ich habe es in drei Teile gemacht, ich habe eine Hälfte gebaut, dann habe ich die andere Hälfte gebaut, und, äh, ja, die ersten beiden Hälften habe ich ganz regulär gebaut, das würde ich jetzt ganz normal aufnehmen, ohne Musik halt nur im Hintergrund, und, ähm, ja, in der dritten Aufnahme, also im dritten Aufnahmeteil, habe ich dann, äh, muss ich mal ganz kurz sagen, Spotify Musik angemacht, also Spotify kennt ja die meisten, da habe ich mir einfach die Top-Playlist angehört, und, äh, irgendwie ist die wohl im Hintergrund auch hier noch zu hören gewesen, was mich aber nicht verwundert, aber, äh, da ich jetzt die Sounds nicht rausgeschnitten habe, mh, dass ich auch nicht ganz machen werde, sondern du bist zu der Stelle, äh, war jetzt hier gerade Hamsterkino, also, äh, äh, das ist alles andere als schön, vor allem geht es ja ganz schön auf den Nerv, also ich meine, ich könnte die Musik theoretisch drin lassen, weil YouTube erkennt die eh nicht mehr als Lieder an, das ist wirklich nur ne Pipipipipipi, aber, äh, nee, nee, komm, ich mach's lieber aus, aber, äh, Alter, wie krank sich das an, Alter, das ist echt unglaublich, also, ich meine, ihr wisst ja, wie sich's vermutlich anhört, wenn du so ein Lied auf, ähm, zwei-, dreifacher Geschwindigkeit hörst, weißt du, und wir sind jetzt bei dem Video, müssten wir jetzt bei, ich glaube, lass mich kurz nachrichten, wir haben, das waren anderthalb Stunden, ich hab's auf 15 Minuten runtergerendert, also müssen jetzt ungefähr bei sechsfacher Geschwindigkeit sein, ja, Und jetzt hört ihr mal ein Lied bei 6-facher Geschwindigkeit an, das ist echt nicht mehr feierlich. Ja, und ungefähr da sind wir ja jetzt gerade so, ne, weißt du? Aber egal, ja, wir sind jetzt hier fast fällig mit der Arena, ja, muss man ja ganz kurz dazu sagen. Und, äh, wenn wir morgen, also wenn es wieder voll gibt, ich weiß nicht, morgen oder übermorgen, ähm, dann werden wir, äh, nicht mehr mit der Arena weitermachen, die lassen wir jetzt erstmal so stehen. Und ich muss sagen, ich hab einen kleinen Fehler gemacht bei der Planung, wir kommen ein bisschen nah ans Bauernhaus ran, es geht aber, also, es, man sieht's nicht, es stört nicht, aber es, man weiß, dass es da ist. Nein, äh, es geht dann trotzdem ein bisschen um, ja. Ich muss da mal gucken, irgendwie eine Sichtbarriere oder sowas, wenn ich da, die machen, Waldanpflanzen, die ja, ich weiß es nicht, aber, wir müssen das eh noch verkleiden, aber das machen wir jetzt in nächster Zeit nicht direkt, weil das ist zu viel Arbeit. Da hab ich mir gedacht, ja, es wird wieder langweilig. Sondern wir werden jetzt in den nächsten, ich weiß nicht, ich glaub, es waren 20 Folgen oder sowas, bis zur Folge 500, werden wir die Monsterfalle noch ein bisschen umbauen. Ich hoffe, das kriegen wir bis dahin komplett fertig, denn ich würde danach ganz gerne dann endlich damit anfangen, äh, halt mit diesem Rhythmus und würde dann erst in eine Mine gehen, unter, äh, der Kirche. Da ist nämlich noch eine Schlucht, da würde ich gerne rein, da sind noch ein paar Sachen, die wir uns holen können, da waren wir damals nicht drin. Äh, da werden wir reingehen, danach werden wir vermutlich, äh, uns dran machen, die Stadtmauer aufzubauen, da müssen wir noch ein bisschen was begradigen vorher, also Terraforming, 10 Folgen, dann werden wir die Stadtmauer aufbauen, äh, also anfangen aufzubauen, so einen kleinen Teil zumindest, Stadttor werden wir bauen, äh, das sind ja insgesamt drei Stück, wenn ich mich nicht täusche, die wir aufbauen werden. Ähm, dann werden wir schon mal anfangen, die Wege zu verlegen und, äh, die Mauern dazwischen die Weltlein-FNR-Speed-Folge machen oder so nach und nach immer machen. Äh, danach werden wir uns der Stadt weiter widmen und werden dann vermutlich erst, äh, am Hafen ein Handelskontor und zwei Lagerhäuser aufbauen, gefolgt von einer Taverne, ja, da darf man wirklich gespannt sein, was dabei rumkommen wird. Äh, dann haben wir das ja schon mal aufgebaut und sobald wir das dann aufgebaut haben, ja, dann machen wir uns dran, äh, hier Dings zu machen, äh, was wollte ich sagen? Äh, sobald wir das aufgebaut haben, werden wir uns dann vermutlich, ähm, ja, wieder einer Miel oder sowas widmen, also dann, oder Monster-Farm gehen oder so ein bisschen Survival-Session machen durch die Welt. Äh, weiß ich jetzt noch nicht, da werden wir mal gucken müssen. Hm, und danach werden wir halt weiterbauen, da werden wir eine Wassermühle bauen, wir werden ein Riesen-Rathaus bauen übrigens, ich bin gespannt, 20 Folgen oder so sind dafür angesetzt. Äh, wird nicht klein werden, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich's machen soll, ich, äh, hab aber so ne Ahnung. Dann werden wir vermutlich unser Marktplatz ausbauen, komplett mit Brunnen, vielleicht, äh, überschmeißen wir doch die Reihenfolge ein bisschen, aber das steht so ein bisschen auf der Agenda, dass wir den Bereich fertig haben und danach werden wir Terraforming machen, hinten an der Mauer, den ganzen Bereich. Dann will ich überlegen, ob ich eventuell ein paar Schiffe bauen soll oder so, denn da will ich ganz gerne mehrere große Schiffe bauen, dann unter anderem waren es, glaube ich, zwei Fregatten, zwei Fischerboote und ein selbstgebautes Handelsschiff. Die Fregatten habe ich mir nach Anleitung gebaut, die Fischerboote habe ich mir damals so zusammengeschustert. Auf jeden Fall werden wir die dann vermutlich noch irgendwie bauen demnächst und dann werden wir uns, ja, sehr viel Terraforming widmen und, äh, sehr viele Handelssachen bauen, bevor wir danach, äh, hinter der Stadtmauer einen großen Wald anpflanzen werden, indem wir dann noch ein paar Sequence verstecken zu dem ich jetzt nichts näher sage. Ja, das ist eigentlich der gesamte Zeitplan für die nächste Zeit und, äh, wir sind jetzt an dieser Stelle halt schon wieder durch mit der Folge. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine grobe Ahnung, was euch so in den Ferien noch erwarten wird hier. Ich hoffe, wir kriegen das alles durch in der Zeit und, ähm, ja, ja, wir machen nochmal schnell einen Abgang, holen noch die restlichen Stones, um die Sachen da fertigzustellen an unserem Stadion und, äh, dann würde ich schon mal jetzt mich an dieser Stelle von euch verabschieden wollen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, die Arena sieht nicht allzu schäbig aus, ist ein bisschen klobig und grisig, aber ich finde, die macht schon ein bisschen was her, wenn es beleuchtet ist später. Und, ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns morgen, übermorgen oder überübermorgen, je nachdem, was sich wegen der Grafikkarte ergibt. Sehen wir uns dann wieder. Ich würde einfach mal an dieser Stelle sagen, bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.